hallo leute mein name ist sozialen zock und willkommen zum maggie tag heute ist es soweit der maggie tag kommt mit inzwischen auch drei livestreams wen zwei das sind die beiden eggs die diesmal als livestreams kommen als auch den livestream wie sie gemacht hat der fast zwei stunden geht und fünf einzelepisoden die zeitlich dazu passen und ja die nächste einzelepisode ist final fantasy mario hier hat auch maggie einen großen auftritt gehabt also legen wir los und da fallen die drei noch entklingen maggie ja gute frage mario ist dein basketball der sagt nicht viel nicht anfassen das könnte wehtun ich sagte ja das könnte wehtun wenn man nicht zuhört ok na schule sind auf jeden fall verschiedene kaktusse wo kam der schuss her das war eine eisattacke war das gesicht gerade draußen natürlich ist er ein bisschen sauer ja eine feuerattacke müsste reichen das war eine feuerattacke ist maggie hehehe ja 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 was da ja ok es ist lite ja ich hab schon gerne wie denn es die schon machen holauf transfers alle dor Dieses Mario-Slam-Basketball-Tierchen nervt ein bisschen hier. Das ist das Killer in Kermit-Form. Das ist das Killer in Kermit-Form. Äh, ja, es funktioniert übrigens. Das ist Maggys Spezialität. Bewegliche Targets, okay. Das ist doch kein Problem für Maggi. Hey! Maggi ist die beste Schütze in dem ersten Niveau-Universum. Ich habe das. Eis. Na dann dring mal Maggi wieder auf den Boden der Tatsachen. Äh. Die Figur lacht hinaus. Äh. Gilt aber. Ah, okay. Wenn sie die Mission schaffen, kriegen sie ein Portal zurück nach Hause. Und wir haben eine dumme Werbung, die ich vermutlich rausschneiden werde. Oder ich wieder mal vergessen werde. Hm. Wir werden's sehen. Ja, 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 ja. Hopp. Okay. Wir haben ein Schiff aus Super Mario RPG. Die ist das in Elend Die Schokobus können doch gar nicht fliegen Aber auf dem können Katzen jagen, reiten Die Banien hat es auf jeden Fall getan Hey, ja Luftschirme mache ich auch im Vortrag Aber klappt hier nicht so Ach stimmt, der hat ja seinen Flieger Und als je vor hat sein Vogel nicht mehr bekommen Hätte er sich nicht eine Eisbahn oder seinen Schneemann zum Landen bauen können? Na jetzt auch egal, er ist ja schon unten Diese Mario-Gäste sollte man nicht unterschätzen Ja, und setzt sie auf Eis Schöner Treffer Gann macht leider sehr viele Geräusche Nein, sie sieht sauer an, natürlich Cap Und Eis Au Und die arme Maggie darf gar nicht dran Was war Donkey Kong denn hier? Oh Und tiefgefahren Ja Maggie kann nicht sehr gut helfen damit Waluigi Tu das nicht, so übersetzt Mennow Was machen Bob und Wario hier? Nein Schieß dich drauf Nee, schieß dich drauf Schieß dich drauf Ach Dieser Kampfinstinkt Jetzt sind sie entdeckt Oh Maggie Oh Oh Was ist das? Psycho Ach Maggie kennt ja Psycho da noch nicht Ich hab die Folge selbst noch nicht geguckt Von Psycho Aber Ja Oh Wario Psycho ist der Gegner Das kann ja über werden Meine persönlich eingeschickte Challenge War ja mein Vorbetalien Bevor es weg war Tatsächlich Wer überlebt die am längsten Oh Maggie ist ne super Schützen Hätte nicht gedacht Dass die ersten Blickenungen Von Maggie und Psycho so waren Wohoho Vorsicht Out Bate bass Was ist das? Oh, okay Ein Roboter Ein Roboter-Drache eher Autsch Abgewährt Okay Okay, Schlittern Schlau-Taktik Mausweizen Ja, Mario hat's voller Wicht Der Brees ist praktisch Und jetzt ist Psycho dran Du legst dich immerhin grad mit Maggie an Yep Psycho ist K.O. Sie haben's geschafft Abzückeln, das richtig Universum Achso, und der hat das Portal hergestellt Okay, bye bye Tja Torbic in diesem Universum ist auf jeden Fall nie wiederbekommen Aber interessante Folge Wusste ich gar nicht So richtig, dass Psycho noch Maggie und so kennengelernt haben Und ja, die Folge Hab ich tatsächlich wohl nicht gewusst Ich dachte eigentlich, ich kenn sie Aber nein Ich kannte sie nicht Und damit bedanke ich mich für's Zusehen Bleibt sozial Lass's genau da Und bye Bye Vielen Dank.